Wenn alle Hoffnung verloren scheint, wenn Helden mehr denn je gebraucht werden, liegt unser Schicksal in ihren Pfoten. Ein Hund? Na ja, eigentlich bin ich ein Welpe. Das ist ja noch schlimmer. Sie stehen unter Schock, also nehme ich das mal nicht persönlich. Dieses Jahr noch ein gelungener Rettungseinsatz wird das weltweite Phänomen losgelassen auf die große Leinwand. Paw Patrol, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Liberty. Wir brauchen alle Hilfe. Bürgermeister Besserwisser ist dabei, die Abenteuerstadt zu zerstören. Kommt schon, Fellfreunde, die Abenteuerstadt ist in Gefahr. Willkommen in unserer neuen Zentrale. Das ist ja voll cool. Es gibt sogar einen neuen, verbesserten Leckerli-Spender. Was denn? Ich finde den voll schön. Keine Hunde. Befehl des neuen Bürgermeisters. Ja, er bevorzugt Katzen. So ist das. Meine sehr verehrten Damen und Herren und vor allem Influencer mit über 10.000 Followern. Es wird Zeit, den Himmel erstrahlen zu lassen. Wir müssen diese Leute retten. An die Arbeit. An die Arbeit. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Soll das ein Witz sein? Ich mach das schon. Aus dem Weg. Weg da. Man muss eben wissen, wie man mit Leuten spricht. Und los! Feuerglut sei auf der Hut. Zeig, was du drauf hast, Cowboy. Motorrad aktivieren. Das ist unsere Aufgabe. Keine Stadt zu groß. Keine Pfote zu klein. Power Patrol, der Kinofilm. Posenzieher, Drohne aktivieren. Woo, ouch. Demnächst nur im Kino.